ein ganz herzliches willkommen bei blacktree gaming heute wieder ls 19 abschiedstour mit dabei der phil hallöchen und unser junior natürlich auch mit an bord hallo hallo bin ja am land vor allem maschinenhandel wo ist da jemand ja wo hier ja ich ich laufe gerade zum 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 maschinenhandel kommen die rampe hochgelaufen so und ich habe hier gerade noch ein fehler im ad in der ad aufzeichnung beendet hallo ja wollen sie einen kaffee aber sowas von doppelten so frühmorgens doppelte espresso ja doppelten kaffee nicht ich habe ich habe eine große kasse also ich würde gerne was bestellen ich bestelle einmal aus dem anhänger bereich den aquatrans die aquatranse also von akrat bei 9500 ja und jetzt bräuchte ich in hex lach da brauche ich noch vielleicht bis in der beratung die kleine aber ich bin der meinung dass wir schon auf den kleinsten die rotzlmisch gehen können erst mal bis wir später dann ein glas kaufen können ein riesiglas ist das ihr kundglas 300 reifenvariante breitreifen 307.000 euro und dann was brauchen wir da jetzt für ein schneidwerk was habe ich jetzt gesagt 360 plus scheiße wo war das jetzt feldhexler schneidwerk da 360 plus 80.000 hm nicht tausend ja meine Güte genau hab ich mir auch gedacht hm da stand jetzt nur 360 plus aber es gibt auch 390 plus hm den kann man aber an kein gerät dran machen doch in den fr 780 äh 700 doch 700 dann steht der sfi 900 hm uuuuuh dann nehme ich an dass der fr 780 aber auch das andere schneidemerkass doch das ähm 290 plus in jedem Fall würde ich jetzt mal so sagen hm ich glaube dann würde ich das nämlich lieber kaufen gleich also das 390 plus ja oder ne komm wir nehmen jetzt sicherheitshalber mal das kleinere vielleicht da weiter ich irgendwann mal mhm ok also 360 plus 80.000 360 plus 80.000 ja 360 plus 80.000 minus 320 so vielleicht A² plus B² gleich B² mal so ok was krieg ich jetzt für äh 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 was kriegst du dann für äh Provision 19.800 Euro bitte 19.800 also 20.000 ist überwiesen da schmeißt einer mit Geld um uns ja könnte nicht meinen das ist ein halber Schwobisch wir gehen 200 Euro mal jetzt nicht blöd rum haha vielen Dank so bitte ähm das äh ne ich muss jetzt eh runter ich muss eh das Fass holen mhm äh ja passt ja ich bliefer's ihnen hoch was ich bliefer's ihnen hoch nein ich nehm'n Kratpit weil ich muss noch Pflanzenschutzmittel mitnehmen das muss ich jetzt kaufen achso ja ok tschüss tschüss nur zur Info für euch alle meine Zuschauer haben's gesehen ihr nicht ich hab jetzt Feld 5 verkauft und dafür Feld 13 gekauft mhm gut und da ist sogar noch Zeug drauf wie geil ist das denn weiten wie geil ist das denn als ob das Zufall war das war wirklich Zufall hehehehe hehehehe oah da ist unser Maschinchen ach guck das ist ein fettes Browalle binne kleines Browalle und und fett so ab geht's dem Hof 1 um anliefern so dann müssen wir jetzt noch Pflanzenschutzmittel kaufen sonst können wir kein Sargut produzieren sonst hängen wir überall hinterher oh nee ich hab wieder falsche Tasche genommen hm hm Mensch nein du warte halt das muss ich mal nachlesen so wo da das liegt so 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 bevor wir hier jetzt wieder alles kaputt pflügen machen wir erstmal bis Auto 3 nicht ins Feld fahren aus aus so 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 Oh, ich muss mal kurz nach dem Feld oben gucken. Da ist er, da ist das Ding. So, dann können wir mal den da noch absetzen. So, dann können wir 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 den da noch absetzen. Den haben wir noch da unten stehen. So. Da steht er. Okay. So, jetzt bleibt die Düngen. Das ist ein Wettbewerb. Okay. Hey, hey, geblieb. Wollt doch grad wegfahren, das Zeckel, einfach so, dass ich wohl da abhauen, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ah, halt, das ist schon Flüssigdünger. Wieso habe ich Flüssigdünger? Ah, von dem Ding noch damals. Das brauche ich nicht. Das mache ich erstmal da rein. Ah, super. Ich produziere endlich Saatgut. Na, endlich. Dann kann ich mir jetzt ja bald liefern. Ja. So. Dann, ähm... Ich glaube, ich habe es geschafft. So, ob wir die Produktionen gucken können. Dünger wird produziert. Der Tipp, das habe ich genug, umfällig zu schließen. Okay. Ähm... Sonst... Okay, da müssen mehr Dünger rein. Nein, 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 Freund. Freund, Giergier. Alter, was machst du denn da? Okay, ich muss da noch einen Zwischenpunkt legen. Oh nee, nein, 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 nein. So, jetzt können wir den Achimhof beliefern. Und das gefällt mir. Dann proben wir mal. Dann proben wir mal. Dann proben wir mal. Dann proben wir das mal persönlich beim Achim vorbei. Der Achim ist leider gerade kalt. Oh man, ich bin noch in vorne bis ich es da bin. Ich muss mich um mein Autodrive kümmern. Oh, apropos, jetzt haben wir gerade was einkommen. Okay. Okay. Ähm. Ähm. Maschinenhandel. Bist du, kann man dich jetzt lohnunternehmerisch buchen oder nicht? Joa. Sohn. Kommt drauf an, was? Naja. Ein Feld ernten. Hm. Das, wo ich nämlich vergessen habe zu ernten. Feld 31. Da ist Soja drauf. Müsst mal relativ schnell abernten. Aber ich habe keine Maschinen dazu noch. Achso. Dann kannst du das nicht machen. Das ist scheiße. Ähm. Wie sehen die Kapazitäten beim Achim? Äh. Lass kurz gucken. Also meine Maschine fährt gerade und dann... Äh. Schnee. Meine nächsten zwei Fälle, das sind auch schon fast fertig. Sorry. Ich könnte vielleicht sogar an eine Brand kommen. Nein, du fährst nicht zum Händler. Du Hirndille. Wie schön. Okay. Wo ist er denn? Da hinten die Sache. Hallo! Hallo! Ich höre das Blumenpällchen hier, du. Ja. Ich schmeiß dir 8000 Saatgut in dein Kase-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Kase du. Ja. Gerne. Danke. Danke. Kase ich. Also ich würde Anna Maschine dran kommen. Ja gut. Dann würde ich dich sofort buchen. Mhm. Habt abgeladen. Würde dann 6.800 machen, bitte. Mhm, ja. 6.800. Ist überweißelt. Dankeschön. Du wirst schon persönlich hier vorbeikommen. Sehr nett. Danke. Komm, machen wir wieder. Ja, ja, das war klar. Merkt ihr das? Denkt man dir in deinem Geld ab. Äh, Maschinenhandel, Ding Dong. Mhm. Bist du gerade da? Und wo ist es da? Am, äh, Maschinenhandel? Nee, ich fahr gerade mit der Erntemaschine zu deinem Feld. Ah, okay. Warum? Ich würd gern mal was fragen. Ui. Kann man das auch telefonisch machen? Nee. Nicht? Okay. Weil du musst jetzt, glaub ich, nachgucken. Ja, dann geht's grad nicht. Boah. Ja, du wolltest, dass ich dein Feld abernte, dann tue ich das auch. Mhm. Stell dir einen Abfahrer bereit. Übrigens dann, ja? Mhm. Wo ist denn überhaupt Fett 31? Ist oben drüber. Oben drüber. Aber wenn. Boah, lecker. Naja. Das kann man so sehen oder so sehen? Ich seh so. So, lieber so. Was, ob tief? Achso. Hat angefangen. Hey, Arjen! Hm? Ich steh grad vor der Feuerwehrwache! Mhm. Brich mal ein. Soll wir heute Nacht, soll wir heute Nacht mal den Feuerwehrwagen klauen? Und mal nachts durch die, die, durch die Hütte donnern? Mit angeschaltetem Horn. Ja. Oh, zukommt. Oh, statt, statt grad auf der Schiene, nur der Zug kommt. Ihr seht. Dann wird das mit heute Nacht aber doch nix. Oh. Er gibt Zug. Ja. Hm. Hm. Äh, 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 äh. Hm. Ah. Ah. Ja. 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 da rüber ich habe angefangen, dein Feld zu ernten kommen wir gleich hast du ein Feld eingestellt, ein Abholpunkt? ne mach mal auf 33 AB wo denn, was denn, hä? im Autodrive in deinem Thrasher, stell dich auf 33 AB einfach nur einstellen hä? wo denn, was denn überhaupt? ja, ich zeig's dir gleich ich komm, Moment hier oder wo hier oder wo? ne, einfach ganz gar mal anstellen kann schicken schicken ah, kein gar kein ab da vorne und das da vorne da vorne da vorne Einfach nehmen die ab. Nehmen wir den? Ja einfach und fangen ab. Ah ok. Auch wenn ich mal nur helfe? Ja. Oh cool. Warte noch kurz bis du da durch bist und dann. Wo zur Hölle fährst du hin bitte? Ach du Scheiße. Da habe ich ja wohl einen kleinen Schwitz eingebaut, wa? Ja. Ja. Wie viel Prozent hast du? 30. 50. Na gut. Kann sein, dass er gar nicht abtankt, weil das... Ja probieren sie es einfach. Oh. Ja. 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 Weißt du erstmal was funktioniert. Ja. 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 Dann虐 rad. Gerste wollte mal einladen. So hier ist der Fehler, das weiss ich ganz genau. Hä? Er biegt doch jetzt ab. Da haben wir es doch rüstisch gemacht, du. Wenn er wirklich richtig abbiegt, siehst du, wenn das Licht leidet. Ja, aber er tut die Scheisse ja gar nicht, du. Du doch nicht. 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 Nein. Warum fährst du nicht da rum, du blödes Au? Das Rohr draußen? Nee. Mach mal. Sonst kann er nicht abtanken. Das Pferd fährt hinter dir her und du machst auch nicht raus. Geschickt eingefädelt, Junior. Ich mach's kurz, ich fahr. Reicht's, äh, noch einmal durchzufahren? Oder ist's? Oder ist's dann? Naja, ich glaub zweimal muss ich noch. Äh, so ein, zwei Meter oder so. Ich muss eben bleiben. Na, wobei... Ja doch. Ich glaub, ich muss nochmal durch. Oh. Nö, nö, ich glaub ich muss nachher nochmal. Nö, 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 nö. Dürfte ich bei dir nochmal Dünger tanken? Mit meiner Tankermaschine? Direkt tanken? Ja. Ei, ei, ei. Das ist guter Landhandel bietet mal nach Service an, oder? Ja, die tausende Blöcke. Ja, nicht immer so mickrige Kackdinger da. So jetzt. Das ist nur, wenn du liefern musst, 4.000er Blöcke. Ja, ja. Dafür musst du deine Kundenzufriedenheit tun. Die ist eh am Boden. Ich muss erstmal gucken, ob noch was drin ist. Äh, Dünger, 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 Dünger. Ähm. Jo. Wart gerade den Silo. Oh, Scheiße. Ohne Hänger geht das nicht. Ja, da steht ja einer. Ja, da steht ja einer. Ja. Ja. So, hier passt's. Daran hat's gelegen. Der Fahrer steht noch mitten auf dem Feld. Ja. Ja. Oh, neitharen 700. 500 3900 bitte nix mehr im hänger hast du noch was im korntank drin? äh ja wie viel? ja ja 1300 hm das könnte irgendwer an boah die Kamera nicht ah vielen dank fürs tanken ja bitte 3900 3900 fast es passt also 13.000 25 wo haben wir es? 25 unter dem Punkt für den Server oh kacke hä hä was machst du? wir hatten nein ich weiß was passiert ist äh ich habe während dem fahren aus gesehen x gedrückt und dann ist das schneidewerk zusammen geklappt einfach so zusammen geklappt einfach so zusammen geklappt äh was kostet mich das jetzt eigentlich? äh warte ich weiß nichts was ich krieg tausender pro hektar tausend welches Feld welches Feld war es denn? 31 das sind nur 1,79 Hektar da kannst du auch 10.000 pro hektar machen ok gut ne was machen wir LU wenn er das Gerät mitbringt? keine Ahnung ich weiß nicht ich hab noch gesagt ich mach mal noch ne Liste irgendwie aber an die Zahl 203 dran hängen einfach und das kann man weglassen ähm wir diskutieren das aus liebe Leute bis dahin sagen wir danke fürs zugucken mal wieder bis zum nächsten mal tschüssi tschüss tschüss wenn es euch gefallen hat dann lasst gerne einen Daumen nach oben da abonniert uns und schreibt gerne in die Kommentare vielen Dank bis bald